Hallo alle, willkommen zurück zu Klimawandel nachgerechnet. Heute der Teil 5 mit dem Thema wie viel Platz brauchen wir für erneuerbare Energie. Das war übrigens Robby, mein kleiner Hausroboter. Dieses Mal beantworten wir also die Frage, wie viel Platz brauchen wir? In Teil 4 haben wir die Frage beantwortet, was können wir tun? Dort sagen wir, dass erneuerbare Energie effizient und billig genug ist, um mit fossiler Energie zu konkurrieren und sie zu ersetzen. Jetzt beantworten wir die Frage, wie viel Platz wird sie benötigen? Zunächst wieder zum Klima. Wir haben gesehen, dass wir 2019, 2020 einen ungewöhnlich warmen Winter hatten, fast ohne Schnee und Frost. Während der Corona-Restriktionen wurde die Luft merklich klarer. Wir hatten weniger Verschmutzung und mehr Sonnenschein und das zeigte auch die kurzfristigen Auswirkungen der Luftverschmutzung und deren Beseitigung halt. Im Winter 2020-21 hatten wir aufeinander folgende Extreme. Extreme Kälte und Schneefall, dann ungewöhnliche Wärme im Februar. Ende Frühjahr und Sommer 2021 gab es schon extreme Temperaturen im Nordwesten der USA und in Westkanada. Dort wurden fast 50 Grad Celsius erreicht, in Gegenden, die normalerweise in der Zeit unter 30 Grad Celsius haben. In Deutschland wechseln sich hohe Temperaturen und dauerhafter extremer Starkregen mit Überflutungskatastrophen wie im Westen Deutschlands ab. Dabei werden Rekordwerte nicht nur etwas übertroffen, sondern gleich erheblich. Das ist ein Kennzeichen des Klimawandels. Das wird also jetzt langsam unübersehbar. Zudem werden Pandemien wie die Corona-Pandemie häufiger als Folge des Klimawandels, weil durch ihn Habitate verschoben werden und neue Viren öfter auf neue Spezien überspringen. Die Munich Re-Rückversicherung berechnete die stark zunehmenden Kosten durch wetterbedingte Naturkatastrophen von 1980 bis 2019 hier in dieser Webseite. Und das deutet nochmal auf die in meinen vorherigen Videos gezeigte Dringlichkeit, den globalen fossilen CO2-Ausstoß auf Null zu reduzieren. So, jetzt können wir hier mal draufklicken und dann geht hoffentlich gleich die Webseite auf. Genau, hier sehen wir diese Webseite. Und wenn wir dann hier runterscrollen, dann können wir hier diesen interessanten Plot sehen. Hier die Schäden durch wetterbedingte Naturkatastrophen weltweit von 1980 bis 2019. Hier können wir sehen in rot die Gesamtschäden und davon dann die versicherten Schäden. Und hier sehen wir, dass in den 80er Jahren diese globalen Schäden so um die 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr betragen. Und dann in 90er Jahren sieht man schon einen deutlichen Anstieg, der sich dann in den beginnenden 2000er Jahren noch deutlich fortsetzt und immer höher wird. Und hier sehen wir jetzt, wie es jetzt in den späten 2010er Jahren deutlich hoch geht. Und hier sind die Jahre 2019, 2020 und jetzt 2021 noch nicht drin enthalten. Und gerade da sahen wir auch bedeutende Katastrophen. Das heißt, da ist noch zu erwarten, dass es noch mal deutlich anwächst. Also hier allein schon, wenn man guckt, die Schäden, die der Klimawandel verursacht, sieht man, dass es immense Schäden sind und dass sich das immer weiter fortsetzt, wenn der Klimawandel nicht gedämpft wird. Ja, also das zur Motivation ist nicht, dass Klimaschutz viel kostet, sondern der Klimawandel kann im Prinzip beliebig viel kosten, wenn er nicht gedämpft wird. Deswegen ist es so wichtig, auf erneuerbare Energien zu setzen. Ja, und deswegen die Frage, wie viel Fläche benötigen wir überhaupt dafür? Wie viel Fläche braucht die erneuerbare Energie, um unseren Energiebedarf komplett abdecken zu können? Dafür habe ich hier mal auf den gesamten Stromverbrauch von 2002 bis 2019 guckt, dem Vor-Corona-Jahr und den Anteil der Energiequellen. Das lässt sich hier schön in dieser Webseite des Fraunhofer ISE sehen. Und dort gibt es ein Diagramm auf Seite 14 und das zeigt, dass von 2002 bis 2019 nur ein geringer Anstieg von Stromerzeugung und Verbrauch war. Und der Stromverbrauch hat in den letzten Jahren Teil sogar abgenommen. Das können wir mal sehen. Hier kann man drauf klicken. Dann kommen wir hier zu der Webseite vom Fraunhofer ISE und dort können wir mal auf die Seite 14 gehen. So, das wäre hier. Und hier sehen wir jetzt für die Jahre 2002 bis 2019 die Nettostromerzeugung aufgeteilt in die verschiedenen Quellen. Wasserkraft, Biomasse, Wind, Solar, hier die Erneuerbaren, dann Kernenergie, nicht erneuerbar und hier die Fossilen, Braunkohle, Steinkohle, Öl, Gas und hier noch andere, die aber kaum eine Rolle spielen. Und hier sehen wir, dass die Erneuerbaren hier immer weiter zugenommen haben in diesen Jahren. Blau, Grün und Hellgrün mit Wasserkraft, Biomasse, Wind und hier gelb mit Solar. Also besonders hier Biomasse, Wind und Solar haben deutlich zugenommen. Rot, die Kernenergie hat stetig abgenommen über die Zeit. Braunkohle hat etwas abgenommen, Steinkohle hat deutlich abgenommen, Gas ist einigermaßen konstant geblieben. Aber insgesamt hier ist kein eindeutiger Trend. Die Stromerzeugung ist einigermaßen konstant. Und das zeigt jetzt auch wohl die Stromsparbemühungen, somit effizienteren Energieverbrauch wie zum Beispiel LED-Lampen. Ja, das ist schon mal gut. Und das heißt, für eine Schätzung könnten wir dann auch die Werte von 2019 nehmen für die Zukunft. 2019 hatten wir eine Stromerzeugung von insgesamt 550 Terawattstunden und davon erneuerbare Energiequellen rund die Hälfte 237 Terawattstunden. Und von diesen 237 war das meiste Windenergie und 47 Terawattstunden Solarenergie. Ja, dann gab es jedoch kürzlich im Juli 2021 eine Abschätzung des Stromverbrauchs für das Jahr 2030 durch die Bundesregierung, und zwar das BMWi. Und das Ergebnis davon ist, der Mittelwert der Prognose liegt bei 655 Terawattstunden. Also hier wird mit einem Anstieg gerechnet. Und zwar unterstellt werden dabei 14 Millionen Elektro-Pkw. Und das scheint mir eine realistische Zahl zu sein, wenn man den gegenwärtigen Wachstumsraten zugrunde legt. Und etwa 6 Millionen Werbepumpen für Häuser als Ersatz für Heizungen oder Klimaanlagen. Und weiterhin 30 Terawattstunden Strom für die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Hauptsächlich für industrielle Zwecke. Ja, also das denke ich, das sind schon realistische Annahmen hier. Und das heißt, dann planen wir mal mit diesen 655 Terawattstunden. Das heißt, wir brauchen bis 2030 die Differenz des prognostizierten Verbrauchs von diesen 655 Terawattstunden zur gegenwärtig erzeugten erneuerbaren Energie zusätzlich. Und das sind 655 minus diese 237, das heißt 418 Terawattstunden zusätzlich. Also wir sehen, das ist fast doppelt so viel, wie wir heutzutage erzeugen. Das brauchen wir nochmal zusätzlich. Die Notation, die ich hier verwende, ist eine Kilowattstunde, sind 1000 Wattstunden, kann man auch schreiben als 10 hoch 3 Wattstunden oder in der Computernotation 1E3. Wobei hier dieses E3 der Exponenz ist. Dann eine Terawattstunde sind 10 hoch 12 Wattstunden, also eine 1 mit 12 Nullen, oder in Computernotation 1E12. Hier wieder der Exponent oder die Anzahl der Nullen. Ja, man weiß, es gibt Ertragsrisiken von erneuerbaren Energien, also Flaute, Windflaute oder auch bedeckter Himmel. Und erneuerbare Energien sind daher am zuverlässigsten bei der Verteilung auf verschiedenen Energiequellen wie Wind und Sonne. Meistens haben wir zum Beispiel im Herbst und Winter viel Wind und wenig Sonne und umgekehrt im Frühjahr und Sommer haben wir viel Sonne und dafür meistens nicht so viel Wind. Und das ist deswegen auch praktisch als saisonaler Ausgleich. Weiterhin können wir auch die geografische Diversität nutzen. Wenn zum Beispiel im Süden Flaute ist, ist im Norden oft starker Wind, ähnlich bei Sonnenschein. Und dafür können wir das europäische Stromverbundnetz nutzen. Also wir haben schon dieses europaweite Stromverbundnetz, was Ausgleich von Energien ermöglicht. Und da hat der Deutsche Wetterdienst eine interessante Pressemitteilung herausgegeben in 2018, die sagt, dass durch die Nutzung dieser Diversität von Strom aus Wind und Sonne und auch des europäischen Verbundnetzes diese Risiken minimiert werden können. Können wir hier mal wieder draufklicken und uns diese Meldung mal angucken. Hier ist diese Pressemeldung und hier ist dieses hübsche Diagramm dazu. Und hier sehen wir dann die Chance oder das Risiko, dass wir beides haben, Flaute und bedeckter Himmel. Abgebildet ist die Anzahl der Situationen pro Jahr, in denen zusammenhängende Flauten und sonnenarme Phasen über eine Zeitspanne von 48 Stunden über Deutschland und Europa auftraten, zwischen 1995 und 2015. Da hat der Deutsche Wetterdienst natürlich die Daten für und kann es deswegen ausrechnen. Und hier sehen wir, wenn wir nur den Wind an Land in Deutschland nehmen, dann haben wir 23 Mal diese Fälle, 23 Mal im Jahr. Wenn wir Wind auf Land und Meer nehmen, also inklusive Offshore, halbiert sich das Ganze nur auf 13. Wenn wir dann Wind von Land und Meer plus Sonne nehmen, haben wir nur noch zwei Fälle pro Jahr. Und wenn wir dann zusätzlich noch das europäische Verbundennetz nehmen, haben wir nur noch 0,2 Mal diese Fälle pro Jahr, sprich alle fünf Jahre einmal. Und das ist eigentlich schon praktikabel, das ist wenig genug. Das heißt, alleine schon durch das Verbundennetz und Diversität in der Erzeugung haben wir eine ziemliche Sicherheit in der Stromgenerierung. Ja, und daher meine Annahme, ich nehme an, dass Photovoltaik und Windenergie jeweils 50 Prozent des Stromes übernehmen. Also von diesen zusätzlichen 480, 18 Terawattstunden, die Hälfte, also jeweils 209 Terawattstunden pro Jahr, für Wind und Photovoltaik. Ja, damit kommen wir zuerst zur Photovoltaik, also dem Energieertrag pro Quadratmeter Solarzellen. Und den kann man hier auf dieser Webseite sehr schön sehen, energieexperten.org. Und wenn man hier runter scrollt, dann kommt man hier zu dieser Übersicht, hier den Ertrag nach Bundesländern. Was aber interessanter ist hier, dieses Diagramm. Und hier sehen wir dann erstmal die Monatssummen, Kilowattstunden pro Quadratmeter, das sind diese Balken. Und dann hier die Kurven, das sind die aufsummierten Monatssummen in Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und da können wir jetzt den Ertrag pro Jahr hier ablesen. Wenn wir hier ans Ende gehen, dann haben wir einen Ertrag von gut 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Und damit können wir jetzt rechnen. Ja, das heißt, wir haben hier eine Globalstrahlung in Deutschland mit circa 1000 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Und wir können annehmen, dass wir bei modernen Solarzellen einen Wirkungsgrad von circa 20 Prozent haben. Das ist also gar nicht schlecht. Das heißt, wir kommen hier auf ungefähr 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr an Elektrizität aus der Solarzelle. Ja, jetzt wissen wir also, was wir pro Quadratmeter bekommen. Und wir wissen auch, wie viel Strom wir erzeugen müssen. Nämlich diese 209 Terawattstunden pro Jahr. Und damit ergibt sich dann der Flächenbedarf. Das ist die Energie, die pro Jahr erzeugt werden soll. Diese 209 Terawattstunden geteilt durch die Energie pro Fläche pro Jahr. Das waren diese 200 Watt pro Quadratmeter. Also 200 Wattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das habe ich hier mal als kleines Programm in Python eingegeben. Ich habe hier gleich mal die Einheiten mitprogrammiert als Symbole. Damit kann man schön kontrollieren, ob die Rechnung korrekt ist. Hier W als Watt, H für Stunden, Yr für Jahr oder Jahr. M für Meter. Hier ist die Energie per Area per Year. 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Hier dieses M-Stern-Stern 2 bedeutet M Quadrat, also Quadratmeter. Dann hier die Desired Energy per Year, also die gewünschte Energie, das sind diese 209, mal 10 hoch 12 Wattstunden pro Jahr, also die 209 Terawattstunden. Und dann kann man das einfach hier ausrechnen. Energie pro Jahr, geteilt durch die Energie pro Jahr pro Quadratmeter, gibt dann unsere Fläche. Also hier haben wir diese 209 Terawattstunden. Hier können wir sehen, wie viele Nullen wir hier haben in Wattstunden pro Jahr, dann geteilt durch diese 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und was wir rauskriegen, ist dann hier diese 1.045 Millionen Quadratmeter. Also wir sehen hier auch, wir kriegen als Einheit die Quadratmeter, also die gewünschte Einheit, was darauf hindeutet, dass die Rechnung korrekt ist, weil sich die anderen Einheiten hier rauskürzen. Also die Wattstunden und das Jahr. Ja, das klingt jetzt erstmal nach einer großen Fläche, 1.045 Millionen Quadratmeter. Aber wenn man das umrechnet in Quadratkilometer, dann wird das schon wieder handlicher. Ein Quadratkilometer ist halt eine Million Quadratmeter. Kann man hier sehen, eine Million Quadratmeter sind ein Quadratkilometer. Das heißt, das entspricht dann einer Fläche von 1.045 Quadratkilometer. Und tatsächlich, wenn man das mal vergleicht, dann sieht man, dass sich diese Fläche leicht in dem dann stillgelegten deutschen Braunkohletagebauten unterbringen ließe. Denn der Flächenverbrauch der deutschen Braunkohletagebauten betrug mit Stand 2006 mehr als 2003 Quadratkilometer. Also es ist mehr als das Doppelte, als was gebraucht wird. Das können wir hier zum Beispiel sehr schön in dieser Webseite sehen, in diesem Wikipedia-Artikel. Wenn man ein bisschen hier runterscrollt, dann sieht man hier, was ich gerade zitiert habe, der Flächenvertrag betrug mehr als 2.300 Quadratkilometer. Das heißt, theoretisch würde allein schon diese Fläche der ehemaligen Braunkohletagebauten reichen, mehr als reichen, um die nötigen Solarzellen unterzubringen. Also machbar. Die nötigen Solarzellen ließen sich aber auch auf Dächern installieren. Ein großer Vorteil, gerade von Sonnenenergie, ist ja ihre Dezentralität. Häuser lassen sich damit energieautark betreiben. Das heißt, wir erzeugen die Energie da, wo sie benötigt wird. Für Solarzellen geeignete Dachflächen in Deutschland summieren sich auf ca. 800 Millionen Quadratmeter oder 800 Quadratkilometer nach dem Buch Erneuerbare Energieträger in Deutschland, Potenziale und Kosten, edited by Martin Kallschmidt von 1993. Und das ist tatsächlich auch schon fast die Fläche, die wir benötigen, diese 1045. Wenn wir hier diese Flächen alle nutzen würden, dann bräuchten wir nur noch 200 weitere Quadratkilometer für die Solarzellen. Ja, das heißt, das wäre schon mal geklärt. Solarzellen, die benötigten, lassen sich unterbringen. Muss nur gemacht werden. Als nächstes der Flächenenergie die Windenergie für die Windenergie. Ja, da haben wir hier eine interessante Quelle vom Umweltbundesamt, Potenzial der Windenergie. Dort steht in Kapitel 4.1, Seite 16, wurde hier vereinfacht von einem radialen Anlagenabstand in Höhe des vierfachen Rotordurchmessers ausgegangen. Maßgeblich bei der Platzierung ist hierbei der Rotordurchmesser der Schwachwindanlage, also hier onshore auf dem Land. Der radiale Anlagenabstand beträgt damit 456 Meter. Das heißt, wir haben hier einen Abstand von 456 Meter. Und wenn wir mal annehmen, dass wir eine quadratische Anordnung von den Windkraftanlagen haben, dann entspricht diese einer Fläche von 456 zum Quadrat Quadratmeter oder auch 207.000 oder 208.000 Quadratmeter rund. Weiter sehen wir dann auf der Seite 15, die Leistung hier Windenergieanlage ist 3,2 Megawatt oder hier in Computernotation 3,2 E6 Watt. Und wir kriegen hier in der Zusammenfassung auf Seite 2 die Information, im bundesweiten Mittel haben wir 2440 Volllaststunden pro Jahr. Und damit können wir dann die Energieausbeute pro Jahr berechnen. Nämlich einfach hier 3,2 Megawatt mal 2240 Stunden. Und das ergibt dann die Wattstunden oder Megawattstunden. Ja, also hier die Energie pro Quadratmeter pro Jahr ist dann die Leistung mal dieser Volllaststunden pro Jahr geteilt durch diese Fläche, die wir gerade gesehen haben. Das kann man hier wieder ausrechnen. Habe ich hier mal gerade in Python nochmal programmiert. Wiederum mit den Einheiten als Symbole. Meter, Watt, Stunden hier als Jahr. P für Power. Power einer Turbine. Dann hier Fr. Das ist unsere Volllaststunden. Diese 2440 oder Fraction. A ist diese Fläche. 456 zum Quadrat, Quadratmeter. Und dann können wir hier die Energie pro Jahr und Fläche für Wind berechnen. Das ist hier Power mal den Volllaststunden geteilt durch die Fläche. Und hier ist dann das Ergebnis. Hier haben wir diese 3,2 Megawatt mal 2440 Stunden pro Jahr geteilt durch die Fläche. Das sind diese 456 Quadratmeter. Und dies ist das Ergebnis. Wir haben hier 37.550 Wattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist also hier der Ertrag. Ja, und kriegen also hier diese 37.550 Wattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Und damit können wir dann die nötige Fläche für 209 Terabattstunden Windkraft pro Jahr berechnen. Also die nötige Fläche ist dann die benötigte Energie pro Jahr. Diese 209 Terabattstunden geteilt durch die Energie pro Jahr pro Quadratmeter. Das sind diese 37.550 Wattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Das können wir hier wieder einsetzen. Hier wieder ausgerechnet. Wieder mit Python mit den Einheiten. Und das hier ist dann die erforderliche Fläche. Hier sehen wir die Einheiten stimmen wieder. Quadratmeter. Und hier sehen wir die ersten sechs Stellen sind dann die Millionen. Das heißt, wir kommen hier auf 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.6.000 Quadratkilometer. Und das ins Verhältnis gesetzt die Gesamtfläche Deutschland ist ungefähr 357.000 Quadratkilometer. Die zusätzliche benötigte Fläche für Windkraft ist also 1,6 Prozent davon. Hier sehen wir auch, dass dies jetzt ungefähr das Fünffache ist, was wir für Solarkraft benötigen, für Solarenergie. Allerdings benötigt die Grundfläche einer Windkraftanlage auch nicht viel. Wenn wir das auf eine Ackerfläche aufstellen, lässt sich rundherum um das Fundament noch Ackerbau problemlos betreiben. Und man bräuchte hier nur ungefähr drei Prozent der Ackerfläche Deutschlands, wenn man hier berücksichtigt, dass ungefähr die Hälfte der Fläche Deutschlands Ackerfläche ist. Das heißt, wir müssten jetzt zusätzlich noch drei Prozent unserer Ackerfläche nehmen und darauf denn die Windturbinen errichten, ohne Einbuße bei der Ernte. Also es ist auch schon eine sehr praktikable Sache. Drei Prozent ist nicht viel. Das ist immer noch nicht wirklich signifikant. Also beides praktikabel. Ja, und das leitet mich dann zu den Schlussfolgerungen. Die benötigte erneuerbare Energie für den prognostizierten Bedarf in 2030 lässt sich praktikabel im Land erzeugen. Das ist also nichts Großartiges, lässt sich tatsächlich machen, muss nur gemacht werden. Für die Fläche der Solarzellen würden die stillgelegten Braunkohletagebauten mehr als ausreichen. Die geeigneten Dachflächen würden auch schon fast vollständig ausreichen und für die Windkraft reichen zusätzlich drei Prozent der Ackerfläche, die aber trotzdem noch für Ackerbau zur Verfügung stehen. Also eigentlich eine gute Sache, also ingenieurmäßig machbar. Die Technik ist da, es muss nur gemacht werden. Ja, und zum Ausgleich der verbleibenden Schwankungen von Wind und Sonne werden immer noch Speicher gebraucht. Und das ist auch ein sehr interessantes Thema und deswegen mehr dazu in einer meiner folgenden Episoden. Ja, und das bringt mich dann zum Ende dieser Folge. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal und gebt mir einen Thumbs up. Bis zum nächsten Mal. Ciao.